Die Grünen haben davor gewarnt, deutschen Atommüll im Ausland zu entsorgen. Die Vize-Fraktionsvorsitzende Höhn kritisierte die geplante Gesetzesänderung, die Atommüll-Exporte grundsätzlich ermöglichen soll, als Flucht vor der Verantwortung. Der Frankfurter Rundschau sagte sie, dadurch würde außerdem die Endlagersuche erschwert. Laut Umweltministerium wird mit der geplanten Gesetzesänderung lediglich eine EU-Vorgabe umgesetzt. Deutscher Atommüll solle weiterhin in Deutschland entsorgt werden.